Ich bin wach! Da ist das Wasser. So. Und dann soll es so passieren. Dass es da reingespült wird. Und dann muss hier ein Schild hin. Glas. Jetzt machen wir hier noch einen Eimer Wasser hin. Der läuft genau richtig. Das ist sehr schön. Und jetzt, wenn wir dann das Feld öffnen und das Weizen abgetragen wird, sollte es folgendermaßen laufen, dass es da runter läuft, da reinfällt und nach da gespült wird. Und wenn jetzt hier auch wieder Wasser hinkommt, dann läuft das nicht nach dort, sondern nur nach dort wegen dem Schild. Kann aber auch sein, dass es das eine oder andere Mal hier vorne hängen bleibt und nicht weiter rutscht, dafür brauchen wir dann natürlich irgendwann Eis. Weil auf Eis rutscht, das nehme ich weiter. Naja, das ist doch schon mal was. Haben wir das auf jeden Fall auch schon mal wieder. Das ist doch schon mal was. Haben wir schon mal die Seite hier zum Laufen gekriegt. Jetzt will ich nochmal, aber Metall haben wir ja nicht mit oder Eisen, ne? Ne. Ich will nur mal gucken. Es ist auch natürlich noch viel zu dunkel hier. Das schauen wir auch da nochmal ganz kurz. Da schauen wir auch gleich nochmal ganz kurz. Ich will nur mal gucken gleich. Oder wie, haben wir doch glaube ich hier vorne drin irgendwie, ne? Ne, eine Hake. Mhm. Und Weizen können wir uns auch mit. Ob die Fähre denn auch bleiben? Kompost wäre natürlich noch besser, aber irgendwie weiß ich noch nicht genau, wie das läuft. Kompostierbare Erde braucht nämlich kein Wasser. Ja, ihr könnt mal das Ding nämlich so bauen, wie es jetzt ist, nur komplett durchgehen ohne diese Dinger hier. Und ohne Wasser an der Seiten. Mal gucken, ob die auch alle bewässert werden. Ja. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Mal gucken. Da vorne würde ich nochmal ganz gerne wissen, aber eigentlich sollte es da auch. Die beiden hier, einer davon muss noch, denn sind wir auf der sicheren Seite. Ja. Sollte doch von hier auch, oder? Ne, da muss auch noch was nach rein. Nö, muss nicht. Gut. Hä? Wom geht das da nicht hin? Zu dunkel? Zu dunkel. Okay. Okay. Das ist so ärgerlich, dass wir das alles nochmal nach und nach ausbessern müssen. Ein Redstone leuchte. Gucken wir mal. Ich glaube, so viel haben wir nicht. Ich glaube, die muss auch mit Redstone laufen, die Lampe. Das sollte, glaube ich, kein Problem sein. Schauen wir mal. Übrigens nächste Woche werde ich einmal vormittags streamen. Und dafür den Arms nicht. Glaube ich, ja. So, Redstone Schraub. 64 Lampen haben wir. Das ist doch eigentlich was. Da können wir uns doch 16 bauen. Was braucht man noch von? Und Redstone. So. Ja, auf jeden Fall habe ich ja eigentlich schon einen Plan gemacht. Den habe ich aber noch nicht irgendwo hochgeladen oder so. Streamplan. Aber da ich ja jetzt Besuch habe, auch eben gerade. Tatsächlich wird sich das alles ein bisschen ändern. Nein. Der Besuch ist aber nur bis morgen da. Kommt aber die Woche wieder. Ja. Aber also werde ich morgen Abend streamen. Und wahrscheinlich dann auch noch mal Mittwoch. Das sage ich euch dann aber morgen noch mal. Und dann wieder am Samstag auf jeden Fall und am Sonntag. Nächste Woche dann auch mit dem Zen einmal. Irgendwann müssen wir jetzt auch wieder Fax machen, weil ich schon lange keine Folgen mehr hochgeladen habe. Es wird auch morgen wahrscheinlich nur eine Folge geben auf YouTube. Weil ich muss die auch gleich erst hochladen. Das ist momentan sehr chaotisch auf YouTube. Liegt halt einfach am Festival. Was haben wir denn hier eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Blöd. 1, 2, 3, 4, 5. Ist besser. Wenn ich da jetzt drauf springe. 5. Quasi hier. Und quasi hier. Ja. Jetzt habe ich natürlich auch kein Gerüst mit. 1, 2, 3, 4, 5, 4. 5, 5. Und sowieso mit mir in die Welt schwarzen. 6, 5, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. da war die erste und da die zweite geht doch eigentlich eine fackel oder ein hebel ein hebel ein hebel drauf so Decke müssen wir auch nochmal machen so sollte das doch eigentlich reichen oder dann ist das zu dunkel wollen wir die einen nach unten setzen einen nach unten gesetzt würden sie quasi hier hängen das würde auch gehen machen wir glaube ich auch aber nicht jetzt setzen wir nächstes mal einfach einen runter dann sieht das besser aus und dann kann man tatsächlich auch mal warten dann kann ich sage ich mal ich fange irgendwie an kann denn mit dem stream in der zeit wo ich gerade noch eine qualme wir uns ein bisschen unterhalten und so kann ich mich ja schon mal rein stellen das alles wachsen lassen und wenn wir dann die aufnahme starten für youtube ziehe ich einen schalter und dann haben wir was so was haben wir denn da Andesie, Granit alles hier rein wir machen mal so der, der, der wo ist denn so viel Granit her ach so aus der anderen Kiste machen wir sie doch ein bisschen aufgeräumter granit 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 hier ist folgen noch aus so 14 stein die kohle in die decke knallen aber die die rio die noch die mit rein granit granit an der sie kommt raus und er sieht raus jodra in der haus die rio der hier mit rein und dann haben wir hier den rest maulen später die decke ein bisschen wird ja 14 1234 ich glaube das ist ja auch besser weil die lampen auch seitlich noch leuchten so perfekt super so ihr lieben ja ich würde jetzt mal die aufnahme beenden und mich verabschieden macht's gut bis zum nächsten mal tschüssi vielleicht ist da meine stimme wieder da also die ist ja da aber komisch bis sie bis zum nächsten mal tschüssi bis zum nächsten mal tschüssi bis zum nächsten mal tschüssi bis zum nächsten mal tschüssi